Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ich habe mein Ether-Shirt an und du weißt, wenn ich mein Ether-Shirt an habe, dann geht es heute um NFTs. Ich kriege immer wieder dieselbe Frage gestellt. Mike, grundsätzlich, was sind denn eigentlich NFTs? Da gibt es sehr viele Videos auf diesem Kanal dazu, ich sage es nochmal ganz kurz. Non-Fungible Tokens, nicht fungible digitale Echtheitszertifikate oder digitale Güter auf der Blockchain, viele davon auf der Ethereum Blockchain. Und ja, wie gesagt, Unikate. Und diese Unikate kannst du kaufen, verkaufen, das kann Kunst sein, das kann ein Video sein, das kann ein Bild sein, das können eben digitale Güter sein. Und die Frage, die ich immer wieder bekomme, Mike, wie geht denn das eigentlich mit diesen NFTs? Wie kann ich an diesem Markt partizipieren? Kurz gesagt, wie kaufe ich denn meinen ersten NFT? Und die Schritte, die du gehen darfst, um deinen ersten eigenen NFT zu kaufen, die möchte ich dir jetzt hier zeigen in diesem Video. Was ist das Allererste? Als Allererstes brauchst du in der Regel eine Kryptowährung namens Ether. Ether ist abgekürzt ETH, die Währung, die auf die Währung der Ethereum Blockchain ist. Auf der Ethereum Blockchain hast du die meisten wirklich interessanten NFTs. Wie kriegst du denn jetzt Ether? Du gehst auf eine sogenannte Kryptobörse. Da gibt es ganz viele davon, von Coinbase über Binance, über Bitpanda. Ich persönlich bin ein großer Fan von kraken.com. Ich gebe den Link hier auch nochmal drunter rein. Ich bin bei Kraken seit vielen, vielen Jahren und habe da wirklich immer nur allerbeste Erfahrungen damit gemacht. Auch wenn du mal im Support was brauchst, sind die, wie ich finde, per E-Mail sehr, sehr zügig. Ich zeige dir das mal ganz kurz hier auf meinem Rechner. Wir haben hier Kraken, so sieht die Seite aus. Was machst du bei Kraken? Bei Kraken, da hast du eine Börse und im nächsten Schritt möchtest du dort Ether kaufen. Um dort Ether kaufen zu können, musst du erst einen Account einrichten. Dann überweist du von diesem Account Geld von deinem Konto auf dein Konto bei Kraken. Was bei Kraken ganz cool ist, die arbeiten mit der Deutschen Fidor Bank zusammen und das Einzahlungskonto für den Kraken-Account ist ein Fidor-Konto. Die Fidor Bank ist 500 Meter hier von mir, die Straße runter und das finde ich ganz cool, dass du dort auf ein deutsches Bankkonto einzahlst und dann erscheint das Geld in deinem Kraken-Account. Ganz, ganz wichtige Info. Der nächste Schritt ist jetzt damit Ether zu kaufen. Alles gut, ist ganz easy. habe ich in dem NFT-Kurs, den ich gemacht habe, der in Mike's Money Member, in meinem Mitgliederbereich mit drin ist, auch sehr, sehr einfach beschrieben. Ganz, ganz wichtig ist, dass du weißt, und da kannst du verzweifeln daran, wenn du es nicht weißt, deswegen gebe ich dir diese Info jetzt direkt mit. Ich schalte nochmal um. Wenn du Geld in Ether getauscht hast und möchtest es dann auf, das ist der nächste Schritt, die Meta-Mask überweisen, um damit NFTs kaufen zu können, 72 Stunden nach deiner ersten Einzahlung bei Kraken, also nachdem du deine Euro bei Kraken hinüberwiesen hast, ist die Auszahlung irgendwo hin, zum Beispiel auch auf deine Adresse bei der Meta-Mask, gesperrt, kannst du nicht. Ganz, ganz wichtig zu wissen, also, wenn du bei Kraken eingezahlt hast und in Ether getauscht hast und sagst, ich will dich auf die Meta-Mask schicken, stopp, 72 Stunden Pause. Geht nicht anders, ist einfach die Regel bei denen, deswegen ist es für dich ganz wichtig, das zu wissen. Also, du gehst hier auf die Krakenbörse, My Account, meldest dich an, ich würde dir raten, lass dich von Anfang an komplett durchverifizieren, sodass du später auch 10 Millionen, ist, glaube ich, der höchste Grad, verschieben kannst, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass aus NFTs mal 10 Millionen werden. Ich spreche da aus Erfahrung. Und jetzt brauchst du, jetzt hast du Ether und mit den Ether bei Kraken kannst du jetzt noch keine Kryptowährung kaufen, deswegen brauchst du eine Chrome Browser Extension und zwar die Meta-Mask. Bei mir ist die hier schon installiert, schau mal, wenn ich hier aufmache, siehst du, das ist meine Meta-Mask und hier sind meine Ether drin. Um diese Meta-Mask zu installieren, gehst du erst mal in den Chrome Web Store. Also, du kannst die Meta-Mask auch in anderen Browsern installieren, ich persönlich arbeite mit Chrome. Dafür gehst du hier erst mal im Chrome Browser auf Apps, dann gehst du auf Web Store und dann suchst du hier nach Meta-Mask, Enter und dann siehst du hier die zugefügt, die ist hier bei mir schon drin, die dürfte so um die 2154 Sterne haben, bitte nur die installieren, nichts anderes, was hier angezeigt wird. Diese Browser-Erweiterung kannst du dann einfach installieren. Es ist ganz wichtig, wenn du die Browser-Erweiterung installierst, ich erkläre das alles ganz genau in meinem Kurs, dass du auf ein paar Sachen sicherheitsmäßig achtest. Ganz, ganz wichtig, bitte, merke dir das bis ans Ende deiner Tage. Wenn du die Meta-Mask installierst, vergibst du ein Passwort für die Meta-Mask. Du bekommst aber zwölf Wörter, um die Meta-Mask immer wieder herstellen zu können, wenn du dein Passwort verlierst oder wenn sonst irgendwas ist. Diese zwölf Wörter erstens auf einen Zettel, Papier mit einem Stift schreiben. Nicht in den Computer rein, nicht in eine Passwort-App, nicht abfotografieren. Niemals. Ich habe Menschen in meinem Mentoring, die das gemacht haben und da wäre fast viel passiert. Das konnten wir dann gerade Gott sei Dank noch retten. Also deswegen nicht fotografieren. Nirgendwo digital speichern. Nirgendwo. Gar nicht. Okay? Zettel und Stift. Diese zwölf Worte. Gut aufheben, verstecken, in Schließfach, in Tresor, wohin auch immer du willst. Und dann kannst du die Meta-Mask benutzen. Du kriegst eine Adresse und auf diese Adresse in deiner Meta-Mask kannst du von Kraken, eben die Adresse von der Meta-Mask findest du hier oben, zack, die kannst du in der Zwischenablage kopieren, kannst du von Kraken deine Ether hinüberweisen. Und dann gehst du auf OpenSea zum Beispiel. Auf OpenSea hast du hier nicht so ein Symbol wie meins, mein CryptoPunk hier und mein Profil, weil ich schon verbunden bin, du musst erstmal dann hier, wenn die Meta-Mask installiert ist, auf die Wallet gehen und dann erstmal hier verbinden. Ganz, ganz wichtig. Hier bei mir ist schon verbunden. Ich kann mal Logout machen. So, so sieht es bei dir aus. Connect. Und dann gehst du auf Meta-Mask und unterschreibst. Und ja, gut, ich muss jetzt nicht mehr unterschreiben, aber das ist eine Interaktion mit der Meta-Mask. Und dann bist du verbunden. Und dann kannst du auf Marketplace gehen. Da siehst du dann alle NFTs. Und dann kannst du zum Beispiel mal Buy Now machen und Sort by Low to High. Dann siehst du die günstigsten NFTs auf OpenSea. Da gehen die zum Beispiel schon bei Null an. Wundere dich nicht, auch ein NFT, der Null kostet, hat eine Gasgebühr. Wir machen mal Buy Now aus. Price Low to High. Wir machen mal Recently Listed. Können wir machen, also was gerade gelistet wurde. Und jetzt würde ich dir eben eine Sache empfehlen. Du hast jetzt Kraken eingerichtet. Du hast Geld, Euro dorthin überwiesen. Du hast dir dort Ether gekauft. Du hast diese Ether auf die Meta-Mask überwiesen. Du hast die Meta-Mask mit OpenSea verbunden. Und jetzt, ich würde all das, was du bis jetzt gemacht hast, ich würde auch nur so viele Ether nehmen, Geld, was du dir leisten kannst, zu verlieren. Und ich würde dieses Geld einfach als Lerngeld sehen. Wie einen Studienbeitrag. Ich würde einfach mal mit diesem Geld hergehen und zum Beispiel irgendeinen ganz, ganz günstigen NFT kaufen. Wie zum Beispiel jetzt hier für 0,003 Ether. und Frida Kahlo sind 8,85 Euro. Sagst du, ja, 8,85 Euro. Mega geil. Jetzt kaufe ich dir ein NFT. Dann gehst du auf Buy Now. Dann sage ich, dass ich das gesehen habe. Dann gehe ich auf Checkout. Und dann geht die Meta-Mask auf. Und wenn die Meta-Mask aufgeht, ah ja, kann ich nicht kaufen. Das ist übrigens ein gängiger Fehler. Jetzt denkst du dir, Checkout, 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 was ist denn los? Du siehst hier im Hintergrund diesen roten Banner. Wenn ich jetzt hier zumache, kannst du den lesen. Error matching this listing, error creating your order. Check that your system clock is set, bla bla bla. Das heißt, nichts anderes als, das hat dir gerade jemand vor der Nase weggekauft. Da verzweifeln dann Menschen und sagen, warum, warum habe ich das hier, warum geht das nicht durch? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber es hat dir einfach nur jemand vor der Nase weggekauft. Wir schauen uns mal den Currency Punk an. Das ist ganz lustig. Das ist das Kunstwerk The Currency von Damien Hirst. Und da hat jemand den Crypto Punk drauf gemacht. Kostet jetzt zum Beispiel der 295 Dollar. Dann gehen wir mal auf Checkout. Das ist jetzt ein teurerer. Ich werde den jetzt auch nicht kaufen. Auch hier, der ist schon weg. Das ist ja wirklich lustig. Der Vorführeffekt. Moment, jetzt scrollen wir einfach mal wild rein. Schauen wir mal, dass das vielleicht irgendwas... Schauen wir mal, das ist ein Polygon. Schauen wir mal den Ruckstore. Okay, vielleicht ob den. Können wir hier wieder zumachen. Schauen wir mal, der kostet jetzt 1180. Ich kaufe den sowieso nicht. Ich gehe hier auf... Na, wobei, was ist denn das? Ruckstore? Nee, das fällt mir nicht. Ich schaue mal nach einem anderen NFT. Krypto NFT Penguins zum Beispiel. Okay, 73 Dollar. Ja, jetzt hier auf Checkout. Ja, mache mich jetzt nicht fertig. Das hier gleich wieder. So, okay. Und jetzt siehst du, der kostet 73. Und jetzt denkst du dir, hä? Und 73 Dollar Gas? Dann kostet mich das ja 140. Hier könnte jetzt auch genauso gut 100, 180, 200 oder auch nur 40 stehen. Die Gaskosten hängen eben davon ab, wie gerade das Ethereum-Netzwerk be- oder überlastet ist. Und je größer es überlastet ist, desto mehr Gas zahlst du. Deswegen ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja, es kann sein, dass du ein NFT für 10 Dollar kaufen möchtest. Aber das Gas gerade sehr hoch ist und du deswegen sehr, sehr viel an Transaktionskosten hast, an Gasgebühr. Jo, also wir fassen nochmal zusammen. Kraken eröffnen oder irgendwo anders an der Kryptobörse. Euro hin überweisen. Diese Euro in Ether tauschen. Metamask installieren. Ether auf die Metamask überweisen. Bei OpenSea andocken und dort einen NFT kaufen, den du dann übrigens, wenn du ihn gekauft hast, hier siehst. Wenn du auf My Profile gehst, dann siehst du den in deiner Wallet. Und für all das habe ich einen Kurs gemacht. Ich zeige dir mal hier Mike's Money Member, meinen Mitgliederbereich. Da hast du Mike's Mindset Minuten drin. Du hast einen Geldgrundlagenkurs drin. ETF-Tipps, Sparplan mit drin. Deine erste Goldmünze ist ein Kurs. Lifehack-Kurs. Werde zu Menschenmagneten. Fabel-Days, Aufzeichnung, zwei Tage, mega geile Vorträge. ETF-Kurs. Und hier hast du eben auch den Grundkurs Krypto. Krypto sind nur zwei Lektionen, aber der Rest ist alles NFT, wo ich dir alles das und alles das, was ich dir gerade gezeigt habe, viel ausführlicher noch erklärt habe, sodass du von Null zu deinem ersten NFT kommst. Dieser ganze Mitgliederbereich mit allen Kursen drin hat eine Aufnahmegebühr von 97 Euro und dann kostet es 29,95 Euro im Monat. Kannst du jederzeit mit nur einer einzigen E-Mail ganz, ganz einfach kündigen. Wenn du das möchtest, hier drunter habe ich den Link reingegeben und dann freue ich mich. Wie gesagt, 97 Euro Aufnahmegebühr, danach 29,95 Euro im Monat. Du hast hier eine Menge an geilen Kursen und vor allem den NFT Grundkurs mit drin, der dich sehr, sehr weit in allen Bereichen bringen wird und du kannst ohne weiteres das durchschauen, zwei Monate lang und danach kündigen. Eine E-Mail reicht. Ich freue mich einfach, wenn ich dir helfen kann und ich glaube, dass das ein sehr, sehr geiles Angebot ist für sehr wenig Geld, sehr, sehr viel Value, wie wir Franzosen immer sagen. Also sehr, sehr viel Gegenwert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir bitte einen Daumen hoch da. Wie gesagt, wenn du dich für Mike's Money Member, diese Mitgliedschaft interessierst, dann geh auf den Link hier drunter. Link zu kraken.com ist auch hier drunter. Und wenn du Fragen zum Thema NFTs hast, dann komm gern in die Facebook-Gruppe Hack Your Life. Und wenn du dich für mein Mentoring interessierst, das ist der Grundkurs, der ist in Mike's Money Member mit drin. Wenn du sagst, hey, ich möchte in NFT und DeFi und Kryptowährungen, die bei mir meistens mit NFTs zu tun haben, ganz tief einsteigen, dann biete ich sechs Monate Begleitung an in einer Gruppe mit sehr, sehr coolen Menschen. Wir sind eine sehr geile Gruppe, wo wir wirklich uns untereinander pushen, uns untereinander anfeuern. Und ich bringe euch alles bei, was ihr zum Thema NFTs, NFT-Investment, DeFi und eben Kryptowährungen, die mit NFTs zu tun haben, wissen müsst. Ich mache euch zum absoluten Profi in diesem Bereich. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch bitte und den Kanal gerne abonnieren, Glocke an und auch gerne mal das Video noch an jemanden weiterleiten. Viel Spaß mit deinem ersten NFT. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Und wie gesagt, grade wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, bis unter Message, tu friend Sonne, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du, bist bl смit,